Pentagram vs. Just Call Me Raz Pentagram Die Frau war ganz in Weiß gehüllt, auch ihr Gesicht war kreidebleich. Ihr schwarzes Haar fiel ihr in Wellen über die Schulter und in ihr Gesicht. Es wehte sanft im leichten Abendwind. Als ich sie das erste Mal sah, spielte ich allein im Park. Da stand sie am Waldrand und schaute mir dabei zu. Sie belegte mich die ganze Zeit über an. Ich hatte nichts anderes, stand bloß da und schaute mir zu. Bis mich meine Mama rief und ich nach Hause musste. Auch in den darauffolgenden Tagen und Wochen stand sie da am Waldrand. Doch kam es mir vor, als käme sie mit jedem Tag näher. Am ersten Tag stand sie noch halb im Wald. Nachher stand sie schon fast mitten im Park, aber niemand beachtete sie. Ich konnte ihr Gesicht nie erkennen. Aber sie gab ein wunderschönes Bild ab, trotz der blassen Haut. Einmal winkte ich ihr zu und auf sie hob den Arm und es blitzte ein belustigtes Lächeln hervor. Ich mochte sie. Nun, wo wir hier Hand an Hand immer tiefer in den Wald wanderten, lächelte sie immer mehr. Die Frau war ganz in weiß gehüllt. Auch ihr Gesicht war kreidebleich. Ihr schwarzes Haar fiel ihr in Wellen über die Schulter und in ihr Gesicht und es wehte sanft im leichten Abendwind. Als ich sie das erste Mal sah, spielte ich allein im Park. Da stand sie am Waldesrand und schaute mir dabei zu. Sie blickte mich die ganze Zeit über an, tat nichts anderes, stand bloß da und schaute mir zu, bis mich meine Mutter rief und ich nach Hause musste. Auch in den darauffolgenden Tagen und Wochen stand sie dort am Waldrand. Doch kam es mir vor, als käme sie mir jeden Tag näher. Am ersten Tag stand sie noch halb im Wald. Nachher stand sie schon fast mitten im Park, aber niemand beachtete sie. Ich konnte ihr Gesicht nie erkennen, aber sie gab ein wunderschönes Bild ab, trotz der blassen Haut. Einmal winkte ich ihr zu und auch sie hob den Arm und blitzte ein belustigtes Lächeln hervor. Ich mochte sie. Nun, wo wir Hand in Hand immer tiefer in den Walde wanderten, lächelte sie immer mehr. Wen von den beiden fandet ihr besser? Nur Kommentare mit mindestens einer Begründung werden gewertet.